hey komm du bist auch nicht du bist ja auch nur besser wie ich weil du dich besser verstecken kannst genau das habe ich in der schule auch schon gelernt weißt du was machen wir hier mal bitte ich kann mich wieder einigermaßen ordentlich mal anziehen hier ich guck mal gerade was habe ich denn letzte runde gekriegt also ich muss mich erst noch umziehen ja schon entschuldigung ja bis ab und ins bad eben bitte mit der halbe stunde ins baum so viel halbe stunde ja dann würde ich aber gerne feuer was anderes an machen jetzt mal eine halbe stunde was muss erst kacken dann ist bad motorcycle pants ist auch geil jawohl aber schuhe gibt es nicht ne shorts jeans motorcycle hat aber man andere frise nehmen medium part oh gott nein swept undercut also die anderen frisuren musste wahrscheinlich freigeschaltet bekommen oder denke mal weil alles andere wenn ich jetzt so kucker ja also ich habe noch nicht so viel auswahl also es ist sehr sehr gering so immer die genau aber wir können ja mal kurz ein bisschen mini range oder denn hier wo den blog an ja kommt nur so was ist das hier noch warten wir mal hier dass ich mal was tut jetzt mal fix unter eine minute ich bin genau in der nähe von dem haus oder hier also ich gehe da direkt mal rein water treatment north und gehe mal gucken ob ich irgendwas in der schrecke finde und nehme gleich mal das holz mit komm und heb auf hier alter kostet unnötig zeit geil ich habe eine brechstange schmacken hier ist eine liste mit teams gewesen gerade okay einmal nix einmal nix einmal nix ja jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich glaube jetzt irgendjemand am ort haben kann ich hier da komme ich nicht dran nein da komme ich nicht dran oh ja ah diese kleinen kantester die so aussehen wie so gaslichter ne das ist das das ist die währung ja ja was ist das da ein hammer wie kann ich was fallen lassen ich habe jetzt ein hammer ich habe eine brechstange nicht mehr hier noch am gucken ich bin ja noch nicht durch wenn man schießt auf mich jetzt eine bandage das ist auch ganz gut aber steels näher habe ich jetzt gerade da komm da komm da komm da komm da jetzt mal zusammen oder ich bin nämlich in der nähe von ja ich sehe dich schon hinterm horizont versuche jetzt einmal ums haus zu rennen und dann aufzuheilen wieder vielleicht geht es dann weil alles ist ja besser als weniger geht schon wieder 40 das problem ist du hast ja nur drei ja du musst wir müssen wir müssen uns mal links machen wenn man diese man diese rucksäcke oder was macht wenn man mehr tragen können ja ich bin ja schon am kräften ich habe ein backpack ich habe ein backpack kann ich mehr tragen irgendwo habe ich gerade eine granate hingeworfen wo ist sie hast du die auch aus dem stein und dem stock gemacht oder oder nein ich habe einen schrank gefunden aber die zwecke ich sehe dich schon durch die wand ja ich suche gerade steine ich suche gerade steine ich brauch zwei steine und dann zwei stecker der stöcker der stöcker ich kann nicht dem mit dem hammer aus der wand schlagen ach kann ich ja aus dem baum da ist eine höhle ich werde glaube ich gleich körper ja ich sehe dich gerade doch da wirst du verfolgt ja vielleicht kann ich sie ja mal mit einem absen erleben komm du läufst genau auf mich zu ja mach ich sie versuchen mir gerade mit ah fuck jetzt bin ich ah eingeholt und ich bin vergiftet ich bin gleich da ich bin gleich da ich habe extra das speedzeug reingeballert ich habe ein speed ah ich habe ein speed oh nein ich bin vergiftet vergiftet fuck ah verdammt ja dann haue ich wohl mal besser ab wa mhm mhm oh the culling tolle random airdrop is coming ein airdrop is inbound with something you might like feel free to share the contest with other contestants get out there and grab my package ja das werde ich mir jetzt wahrscheinlich besser nicht holen weil dann bin ich nämlich free loot naja mein package hat sich schon eine andere unter den nagel gerissen da brauchst du dir ne ne das free package was jetzt gerade runter kommt ich hätte gern gps und zu sehen wo die anderen sind ja ich guck mich schon ein bisschen um hinter dir weil ich brauche jetzt mal steine ich muss was kräften holz kann ich mal rausschlagen aber ich brauche steine ja da geh doch dahin da rein du rennst ja über stein gerade ja aber ich kann so mit dem hammer glaube ich nicht rausschlagen doch doch guck mich in der zeit um dass alle rollen alle rollen weiter ah ah jetzt safe jetzt original messer aus stein wird niemals zum für spielmaschinen fähig hatte kompass hinter rechts von dir und langsam weg sind die hinter mir nein wir sind bis jetzt noch nicht weißt du die nicht bevor die kommen ne hör die von obwohl ich alle töne auf 2 runter gedreht habe ach warte ich hab mich bewegt so wie war das jetzt mit dem bogen noch ein stück holz vielleicht ein bisschen näher rannten ja wird ganz gut ne so jetzt zack umdrehen wo ist er und da da komm warte die ball ist noch weit weg jetzt weiße rechts von dir rechts von dir da ja rechts von woa ja ja der hat schon ne der hat schon ne erkenntensäge kannst du klicken ja 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 und mein bogen war ja auch noch zwei fallen weg ah und was kriege ich was kriege ich nein kein pinkes t-shirt ich kriege einen boonie hat ah ja er will jetzt schon ein pinkes t-shirt haben damit sieht man dich ja von weiten ach guck mal jetzt sind nämlich alles zusammen hier ne mhm ich hätte wahrscheinlich noch ein stückchen weiter laufen müssen oh da rechts ist ein ding zum aufladen ich glaube auch dass du wow wow das geht's ja mal gut ab wow 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 jetzt hier ja jetzt aber jetzt jetzt werden hier köpfe aus nägeln gemacht oder so ja und hier wo wir vorstehen vom gebäude hier bin ich gespawnt ah guck mal her der hat die Kettensäge der mit ne Kettensäge ja alles egal dann zack 5 7 ja ein paar sind noch mhm wieso alle Kettensäge im kreuz haben aber neptun hat nur ein kleines messer der ist nackig was holt neptun ah das hat der hat nur ne Unterhose an ne aber ich weiß nicht wo er seine Waffe herholt neptun der olle ich wollte sagen der olle alchemie ist aber egal oh er ist Säbel gefunden sehr geil komm genau hat doch die Waffe und den Säbel Neben um kein nicht gut ja und sind ja rüber baseman och cest ok lepton koala nur ein hauch von rot hat er nur noch als lebensbalken jetzt aber mal ganz schnell zwar ein paar bandagen das ist ja vorbei er ist ja der automat glaube ich aber das war irgendjemand glaube ich würde sagen das wäre jetzt gerade sehr aber ich glaube ich irgendwo wandte hier einer ruhe aller sechs stück sind es noch wenn ich sehe der eine ist nackig ich glaube da liegt er verkauft jetzt so ziemlich alles gerade mit der ganze so schön holz vor hat er dann holz rausholt ja man kann ja immer zum himmel gucken nach dem sporn in das haus war an der tafel auf die liste zu sehen ja genau also im gebäude aber ich glaube da sind so einige ziemlich schnell getötet worden ich glaube das sind aber auch teilweise gerade neu reingekommen das spiel oder also dann war es ja also mit sie rumschleppen hier ja wir haben ja jetzt am anfang nur die drei flotts ich glaube die muss töten um die anderen slots auch frei zu schreiben kannst du das rucksack der rucksack schaltet die frei der rucksack ja dafür müssten wir wahrscheinlich ein bisschen geübter sein mit dem kräften ja schneller einfach da kann es gehen da liegt dann auch im wasser im gesicht da unten ich guck gerade wo ist denn der rucksack satchel ist der rucksack oder der rucksack ist genau holz plus bandage oder holz plus fetzen das ist denn dieses blaue frostschutz oder was soll das darstellen ja ich hatte ja wie gesagt gerade den speed die sind speed kannst einmal verschnellern dann mehr mehr rüstung und das dritte war weiß ich jetzt gar nicht äh gift schutz glaube ich und dann hast du ja noch stamina und ausdauer glaube ich die genau doch man darf auch auch ab 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 vor Ort geht ab ja oder andere Leute und für sie auch recht gut zu halten immer die Tür zu machen die Tür zu halten ja wo ist er damit der Kippelmutter ja ach der Tod der andere ist zu Ende ja ja ich kann nicht mehr weiter schalten zeigt auch nicht mehr ab ja dann hat der eine den anderen gerade erwischt aber gerade noch so gerade noch so gerade noch so ja ja ne ist ganz cool das ist ganz cool ja muss ich echt sagen also macht Laune das Spiel das ist eine die 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 Vielen Dank.